Wo kann ich Spuren des Glaubens im Alltag einer Innenstadt entdecken? Wie können sich Menschen untereinander, aber eben auch Gott im Treiben der Stadt begegnen? Mit diesen Fragen haben wir das Projekt Mobile Begegnungsräume gestartet. Kreativ und Personal wollen wir Glauben erfahrbar machen. Mit einem kleinen Quiz, der Teilnahme an einem Lichtkunst-Event oder der Präsenz auf dem Markt. In den letzten anderthalb Jahren haben wir so einige Ideen ausprobiert. Aus diesen Erfahrungen ist so nach und nach ein urbanes Gesicht der Kirche in Buhr entstanden. Mit der Marke Cube, Katholische Kirche mitten in Buhr, möchten wir jetzt über das Projekt hinaus noch Begegnungen gestalten. Auf der Einkaufsstraße, auf dem Marktplatz, im Café oder in der Kneipe. Dafür können wir unser Standsystem ganz flexibel an anderen Orten einsetzen. Zum Beispiel auf dem Marktstand, als Theke oder als Pult oder eben auch ganz interaktiv. Wir freuen uns darauf, so auch weiterhin Räume des Glaubens zu eröffnen.